Juppies Leute, herzlich willkommen zurück zu ATERRA 4 Folge Nr. 6, glaube ich. Okay, wir müssen schnell drauf joinen, denn, oh Gott, der Border, der Border ist ganz nah. Dann müssen wir es jetzt schnell machen. Ja, mach das kurz jetzt. Warte, ähm, Hashtag Team, äh, Deadly Desire, nimmt Folge, wie fielte er auf? Ähm, 6, glaube ich. 6, okay. Okay, lol, der Border ist ganz nah. Oh mein Gott. Hat er den schon geändert? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Alter, Leute, wir hatten richtig Schiss gerade, dass der Border uns jetzt umgebracht hat. Deswegen, wir hauen hier erstmal ganz schnell ab. Ja. Falls er sich doch noch verkleinert. Und wir rennen in Richtung Spawn, würde ich sagen. Lol, hä, hier ist der Border. Hä? Nein. Warte, 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 warte. Lass uns erstmal die, lass uns die Schweine gönnen, derzeitig. Hätte doch irgendeinen Fail gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Hast du es gesehen? Hä, wir sind gerade von den Bordern abgehauen. Eben. Das ist gerade echt mega. Aber, wir sind nicht außerhalb, ne? Nee, nee, sind wir nicht. Wo bist du, wo bist du? Warte, nee, sind wir nicht, oder? Ich weiß es nicht. Sorry, Leute, ich muss hier kurz mal Minecraft-Sounds wieder lauter stellen. Verdammt. Nimm die Schweine hier mit, wir brauchen das Essen. Hä? Hä, wo ist denn hier der Spawn? Wo läufst du hin? Ich bin da, wo wir vorhin waren. Wo bist du? Ah, da vorn. Hä? Warum ist da die Border? Ich weiß es nicht. Ich gönne mir gerade das Essen hier. Aber Riox lebt nicht mehr, hast du gesagt. Nee, okay, er hat verlassen. Nee, wir sind nicht raus. Wir sind nicht raus. Puh, alter. Scheiße, man. Ich habe gerade den Schock des Lebens gehabt, ne? Ich auch. Ich habe gerade gedacht, wir wären außerhalb des Borders. Hier, hol dir die ganzen Hühner noch, ja? Ich glaube, da geht es zur Mitte. Was ist die Idee? Wirst du? Ja, ich bin ein Hühner-Killen. Wie gesagt, wir brauchen Essen. Oder bis jetzt hier der Metzger. Ich bin auch gerade dran. So. Weil. So, wir müssen dann gleich zum Spawnen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben einiges vor, dieses Mal. Wir nehmen auch wieder zwei Folgen im Anschluss auf. Okay, gut. Gut, dass du dich daran erinnerst, wenn wir ihn schreiben, sonst hätten wir jetzt einen Strike bekommen. Wo bist du? Ich bin immer noch hier auf dieser Wiese. Ja, ich auch. Alter, diese Wiese erinnert mich voll an Varro. Dich auch? Diese freie Wiese. Ich habe Varro nicht geschaut. Echt nicht? Also, nicht so richtig verfolgt. Ja, ich dieses Mal auch nicht. Aber ich meine halt so generell, weil irgendwie, keine Ahnung, das war da, wo Cars Crafter gegen MCX wird gekämpft hat. Ach ja, ich sieht richtig ähnlich hier aus. Ich hoffe, ist das die Varro Map oder so. Und Squash hat die einfach nur genommen. Übrigens, Leute, ich spiele es mit einer anderen FU, wie wir gemerkt haben. Ich spiele mit 95 und mit einem RP von alten Minecraft-Sons hat mir der Squash gesendet. Ich wollte unbedingt irgendwie ein Feld volledet haben und, keine Ahnung, da hat er mir das gesendet. Obwohl das ja eigentlich... Okay, ich brenne. So, ich finde das einfach besser mit der FU-Wieso. Okay, wo bist du jetzt? Ich bin noch auf der Wiese und farme Tiere. Ja, lass mir jetzt helfen dann gleich. Ja. Was machst du eigentlich? Nein. Das Schwein sollte schon verbrennen. So, sehr gut. Weil wir brauchen alle, auf jeden Fall Hühner auch killen, ja? Ja, mach ich auch. Okay, gut. Okay, ähm, ich bin da jetzt bei diesem See, weißt du wo? Nee. Oder Fluss. Guck gleich, wie viel Essen ich erstmal habe. Wie viel hast du denn schon? Wie viele Federn hast du? Ähm, Federn... Keine mehr. Gar keine? Nein, keine mehr. Ich hab die alle gegeben. Aber ich hab dir meine gegeben. Ich hab 42 Schweinefleisch. Heftig, ne? Ja. Ich würde dich jetzt gerne sehen. Okay. So, beliebt. Ähm, ja, warte. So, ich komme jetzt dahin, wo wir vorhin waren ungefähr. So, okay. Wir haben vier Minuten sehr produktiv genutzt. Und das meine ich ernst. Weil ich hab jetzt richtig viel Essen. Äh, kannst du mir noch ein bisschen was abgeben? Ich hab nicht mehr so viel. Klar. Ja, das musst du noch braten. Dankeschön. Okay, gut. Ähm, lass jetzt zur Mitte gehen. Okay. Ich glaub, die Mitte ist da vorne. Okay. Muss ja fast so sein. In der Mitte können wir dann gleich noch ein bisschen was durchbraten lassen. So. Okay, wir haben jetzt noch genau 24 Minuten auf dem Server. Und wir freuen uns mega drauf. Denn wir sind immer so, wir haben immer richtig Bock ad heraufzunehmen. Ja. Aber haben gar nicht so viel Zeit, ne? Immer. Ja, immer. Man will einfach immer weiter aufnehmen. Ja, ist so. Aber das geht dann halt leider nicht. So. Okay, wo sind wir hier? Ja, ich muss, ich muss essen. Ich ess erstmal mein Low-Essen hier. Meine Hühnchen. Aber, Digga, das kann, wie, wie kann die Border so klein sein? Vor allem, die ist ja nicht mal rund, oder? Ja, okay, das war schon immer so. Gleichmäßig. Hä? Guckst dir mal an, wo die Border sind, siehst du da? Ja, eben. Hä, lol. Ist das nicht ein bisschen zu klein? Ja, hab ich mir auch gedacht. Egal, trotzdem nicht so oft springen, okay? Also nur, ich weiß nicht. Alter, da unten sind Kühe noch. Sollen wir die gönnen? Ja, ja. Wegen, wegen Leder. Ja, aber wir müssen dann auch jetzt gleich wieder stripminen. Ja, ich weiß, aber wir brauchen das doch auch. Geh du mal die da oben holen, ich geh hier unten holen, okay? Ja. Eigentlich könnte ich mich auch hier theoretisch runterbauen. So, ich hoffe, ihr kommt mit der FUV klar, ich find die eins mega geil. Mit welcher FUV spielst du denn? Äh, 90. Also, weil ich finde, da kann man halt etwas besser handeln bei manchen Situationen, weißt du? Also, in SG ist es natürlich was anderes, aber, ja. So. Das Leder nicht vergessen, ne? Du hast das Leder hier liegen lassen. Ja, stimmt. Und Wasser einmal immer in den Tag haben, ne? Okay, ich hab jetzt einen Vollbogen. Mit voller Durability. Ich auch. So, okay. Okay. Dann müssen wir da hin zum Spawn. Bonuskoordinaten 0,0. 0,0. Okay, komm mal mit. Hey, aber was hat denn der Riox jetzt hier gemacht? Ich glaub, der hat irgendwie gefehlt. Ja, vor allem Rapius 2 weiß ich jetzt nicht so, ne? Ob man sich so krass auf den verlassen kann. Hä? Wo zur Hölle sind wir und wo ist das? Er hat gefehlt. Ganz klare Sache. Guck dir das doch mal an hier. Ja, eben. Ja, siehst du das nicht? Guck mal, du läufst hier hin. Ja, aber dann will ich meine Minuten wieder. Ja, ich auch. Ich will meine Zeit auch wieder dann. Weil das ist Schwachsinn. Wir wollten nämlich in Neta gehen. Aber wir gucken erst mal. Soll ich kurz Konfi schreiben? Ja, ja. Schreib mal, was hier los ist. Ja, warte, Dev kurz, Dev. Ja, mach ich. Ich pass auf, ich bin hier. Ja, ich schreib kurz Konfi. Ähm. Riox hat Border gefehlt. Bitte fixen. Schwach. Ja, Schwach ist nicht Atom angeblich. Also, er ist nicht Atom. Ich will jetzt nichts spekulieren hier. Ja, wo bist du jetzt? Hier. Hinter dir. Ja, er ist, er ist zu Hause, Schwach. Ich schreib zurück. Riox. Kannst du mal einen Skype hinzufügen? Lol. Ich finde, hat er gefehlt. Äh, die Border sind mega klein und der Spawn ist nicht mehr da. Also, man, das Portal ist nicht mehr da. What? Ja, er hat mega gefehlt, die Border. Nicht mal eine Sache kann man ihm überlassen. Meine Güte. Warte. Also, du kannst ja in der Konsole nachschauen, aber auf jeden Fall. Ja, lass mal so lange liefen dann. Und dann die Aufnahme erstmal beenden. Bis es gefixed ist. Ja, mach dann gleich weiter. Ja, okay. So, läften wir erstmal. Ja, okay. Wir sehen uns dann gleich nochmal. So, wir sind jetzt zurück von der Aufnahme. Und zwar waren wir tatsächlich außerhalb der Border. Ja, wir waren halt außerhalb der Border. Und, aber, Squash hat jetzt eine Ausnahme gemacht, dass wir doch noch weitermachen können. Also, er hat uns zu der Grenze des Borders geportet. Ja, aber das hat er auch schon bei Blackpixel in Atera 3 gemacht. Also, von daher. Genau. Und wir wussten es gar nicht, weil wir halt weg waren. Ich war halt nicht in der Info-Konfi, weil da waren ein paar kleine Auseinandersetzungen. Und, ja. Ja, deswegen haben wir jetzt noch sieben Minuten oder sechseinhalb. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall joinen wir jetzt auf den Server wieder, oder? Jo. Und wir sind jetzt halt direkt an der Grenze. Und wir müssen halt versuchen, direkt zum Spawn zu laufen. Ich bin mega glücklich, dass wir jetzt echt nicht tot sind. Ja, ich auch. Das wird erstmal der beste Titel ever. Wir sind hinter den Bordern, Ausrufezeichen. Alter. Boah, Leute, das wäre echt jetzt mega gewesen. Natürlich könnten wir uns da nicht beschweren, wenn das so gewesen wäre. Ja. Weil es ist ja Regel ist Regel, ne? Ist ja auch in Varro so gewesen. Wo bist du? Ich bin runtergefallen, tatsächlich. Okay. Ähm, und... Das freut mich jetzt mega, dass wir noch weiter leben können, alter. Ich bin hinter dir. Lauf weiter. Okay, gut. Wir laufen einfach hier. Geht's zum Spawn, ne? Ja. Übrigens, jemand hat in den Kommentaren geschrieben, wie sonst Angeln craften. Das ist ja nicht erlaubt, Leute. Also, weder zum Angeln, glaube ich, oder weder die zu craften überhaupt. Alter. Ich war gerade voll im Creeper drin. Ähm, ich mach Koordinaten auf. Wir sind jetzt dann gleich bei Null. Warte kurz. Oder wir waren schon bei Null. Warte kurz, wo bist du? Ich bin einfach geradeaus gerannt. Hier. Ja, du musst die ganzen Tiere noch mitnehmen, ne? Wo bist denn du? Achso, da. Ist dein Fleisch, was du am wenigsten hast zuerst, ja? Spawn ist Null, Null, oder? Ja, glaub schon. Okay, dann lauf du mal voraus. Aber mach ein bisschen hinne jetzt. Okay. Okay, ähm, Null. Null, Null. Wieso? Kannst du das nicht mit den Cords, oder wie? Ja, ich kann's schon, aber... Ja, dann... Ja, wie kommen wir denn da hin? Ich weiß jetzt nicht. Dann mach du das mal bitte. Alter, hier sind übel viele Mobs. Wie? Fischer? Wo bist du denn? Ja, Creeper und alles. Ja, egal. Wir müssen jetzt zum Spawn gehen. Wo bist du denn? Ich bin da, wo wir das Schwein gekillt haben. Hallo? Ja. Ich komme. Da. Okay, gut. Okay, komm. Wann geht's? Ja, ich weiß nicht. Null, Null. Ey, das ist so retardet einfach nur. Komm, lass dir hoch dann. Null, Null. Ja, Alter. Okay. Komm, dann lass hier hin. Oh, der Gillette, ey, der rasiert mich voll. Da ist Null, Null. Da ist Null, Null. Wir müssen... Oh! Lol. Alter. Kommst du? Ja, ja, ja. GG. Erstmal wieder runtergefallen. Hab so ein paar Stufen gemacht. Okay, pass auf, springe nicht runter. Es kann passieren, dass du aufklatschst. Quara, ein bisschen knapp. Ich glaub, da ist das Morgen. Kommst du? Ey, pass mal auf. Ey, pass mal auf. So. Leut. Okay. Kurzer Lake. So, aber jetzt leckt es auch bei mir, wenn ich mir mit dieser FOV und mit diesem RP. Und ich finde, das macht mega Spaß damit irgendwie. Ein Esel. Dürfen wir nicht. Ich weiß. Leder, deswegen. So. Oh man, diese... Jetzt leckt es aber wieder, ne? Ja, bei mir auch. Bei mir ist der Server. Okay. Dann schaffen wir es wenigstens... Schon wieder hat es geleckt. Alter, es leckt... Okay. Warte. Warte. Völlig falsche Richtung. Wo ist denn jetzt scheiß 0-0, Alter? Ich glaub es nicht. Alter. Was denn, was denn? Ich bin low. Wie viel Leben? Ich hatte kurzzeitig vier Hetze oder so. Dann hau... Alter. Ich bin grad völlig durch den Wind. Da ist das Portal. Das ist gar nicht 0-0. Gut, dass wir nicht 0-0 gegangen sind. Okay. Dann fangen wir den Main Gang schon mal an, würde ich sagen. Machst du jetzt auch mit mir mit? Na ja, für diese Folge schon. Ja, okay. Ja, okay. Ab sieben Minuten müssen wir raus. Warte. Soll wir es ab hier machen? Ja, ja. Mach ab hier. Hier kann man nichts abbauen. Hier sind die Rosen. Das ist sehr gut. Kann man hier abbauen? Ja, okay. Ab hier. Ich habe eine Schaufel. Hier. Gönn dir. Ne, mach du. Mach du schnell. Dann können wir uns auch gleich mal in den Team-Chest hier machen, würde ich sagen. Ähm, Steinspitakel. Da muss man gleich die Blumen noch geben, ne? Für die Wegmarkierung. Du weißt schon. Hast du eins Holz? Alter, ich bin... Ich check das nicht, wie ich das machen soll, genau. Ich bin so behindert. Einfach Stufen runter. Was willst du denn machen da? Ich mache jetzt einfach geradeaus, oder? Ja, natürlich. Hä? Was machst du hier? Boah, alter, ganz ehrlich. Boah, okay, passt so. Ja, okay, ähm. Wir müssen raus. Ja? 20 Sekunden. Okay. Grab noch so lange weiter. Achso. Ich bleib am besten bei dir. Weil es kann ja passieren, dass dann jemand gleich joint, ne? Bei der nächsten Aufnahme. Bin natürlich jetzt nicht so nice. Nehmen wir nur eine Kohle da rein. Okay. Ähm. Hä? Lol, alter Mann, ich... Boah, ich falle die ganze Zeit runter. Woher habe ich bitte Fische? Wahrscheinlich von der Mitte, ne? Okay, wollen wir liefen jetzt? Ja, okay, wir müssen jetzt leften. Dann würde ich sagen, ich esse noch kurz ein Steak. Leften. Und das war's von dieser Folge, wir sind mega froh, dass wir echt nicht tot sind. Mhm. Und seid gespannt, in den nächsten Folgen wird bestimmt noch was passieren. Denn jetzt ist langsam, ne, die Action da, da die Body jetzt auch kleiner geworden sind und sind auch viele am Spawn momentan. Und deswegen wird's auch gefährlich sein am Spawn. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Jo. Und dann würde ich mal sagen... Schau bei mir vorbei, lass den Like da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut raus. Jo. Ciao.